Schöne Aufpassen! Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Haupt auch dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlosses kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet! Das war etwas holpriger als erachtet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Das war etwas holpriger als erachtet. Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig! Beide! 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 Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört? Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was ist Merlins Namen? Ich habe Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verließ zwölf, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer zwölf sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Auto vorliegen. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut geht es anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe? Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer zwölf wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Wand. Festhalten, ein gutes Stück liegt doch vor uns. Verlies Nummer. Verlies zwölf. Ein großer Tag. Weiterfahren. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drach. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies zwölf. Bis zum heutigen Tag. Verlies zwölf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Anweisungen für Verlies zwölf. Soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Unerfolg. Professor? Es kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Hm. Reveglio vielleicht. Reveglio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Zauberstab bereithalten. Da! Ja, da war etwas. Show! Aus. Rivela, da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Luma! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Rivelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Das Spiegelbild ist noch da. Das Spiegelbild ist noch da. Ich stelle die Professor! Professor Feig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Lumos. Revely. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Lumos. Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Okay go. Okay go. Okay go. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was? 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 Was?